Das Tod zur Seele Es gibt Momente, da sind sie voller Fragen und manchmal sind sie voll von Traurigkeit. Wirken, als ob sie das Leid nicht mehr ertragen, die Antwort nicht zu finden oder Sicherheit. Um gleich danach wie Diamanten wieder zu strahlen, weil ein Lächeln alles wegwehte wie ein Wind, in diesem Moment wünschte ich mir, diesen Anblick zu malen, weil solche Bilder herzergreifend und ewig kostbar sind. Mal sind sie romantisch und zeigen Empfinden. Lass mich tief zu deiner Seele hinein. Ich könnt stundenlang dann darin verschwinden, als taucht ich in einem klaren Bergsee ein. Mein größter Wunsch ist, dass nie ein Leid dich quäle, dass niemals jedes Auge Bäche weint. Und hoff, du verschließt von mir nie das Tor zu deiner Seele, welche als Spiegelbild aus deinen schönen Augen scheint.